Johohohoi! Ich bin auch wieder da. Ich glaub ich hab einen Weg gefunden. Nämlich ein Mistmuss müsste das sein. Jetzt kann ich die Ugi-Ugi-Ugi öffnen. Yeah! Das machen wir. Und hallo zu Final Mix. Das hab ich ganz vergessen. Kann ich jetzt hier irgendwo runterspringen? Ui! Ja, kann ich. Ha! So. Komm ich nimmer hin. Dieses Türchen hin. Nein, ist das falsch? Hey, aber da ist ja unsere kleine Badee. Badee! Badee! So. Ich muss jetzt nicht richtig sagen. Wir sind sogar richtig. Es geht sie auf! Es geht sie auf! Es geht sie auf! Mal sehen. Es könnte sogar schon Endgegner sein. Aber ich weiß es nicht. Ogi-Bogi, gib mir das Herz wieder! Ja. Ogi-Bogi ist cool. Und? Dieser Lumpensack. Dieser Lammerlappen. Dieser Hammerlappen. Äh, dieser Lammerlappen. Äh, Jammerlappen. So war's richtig. So. So. Falls beteiligte Person, die damit involtiert ist, in diesen Insider, ist das ja, die kann ich gerne mal mit spielen. Oh! Oh, spiele ich jetzt? Oh, ist das jetzt Casino? Oha! Sieben, sieben, sieben! Ich hab gewonnen! Okay. Was muss ich tun? Hier! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Nichts! Hier raus! Ich kann hier raus! I don't get it. 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 What is this? What is this? Guys, help me. doch ich check's mir ich bin ja kein Böse, ich bin für nichts so ok jetzt ich würde gern wissen wie dieser boss funktioniert glaub mir das ist wirklich so wie funktionierst du boss ich gehe einfach mal davon aus dass wir den mechanismus schon aktiviert haben sonst wäre das ziemlich scheiße ja deswegen kann die rausgehen jetzt hätte ich gern eine anweisung wo man den boss tötet sonst suche ich mir gleich eine raus boogie boogie gib mir das herz wieder das haben wir schon ja 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 das kriegen wir alle schon vielleicht gibt es einen hinweis ok das ist es nobody disrespects me okay 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 verstehe ich verstehe doch viel weniger Okay, ich muss sagen, an sich ist er vom Leben her easy, muss ich sagen. Ich muss ihn nicht verstehen. Okay. Die Klinge haben mich jetzt überrascht. Ja. Ach, egal. Versuchen wir's nochmal. Ist ja erst die Hälfte der Zeit. Ach, schöne alte Spiele. Haben wenigstens noch ordentliche Bossgegner. Okay, okay. Ich hoffe, das schaffen wir es in diesem Partner. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles sein soll. Ja, das hatten wir schon. Ich brauch keine Hinweise mehr, ich weiß jetzt wie du funktionierst. Was? Haha. Oh! 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 Oh, das war doch nicht! Oh! Was? Oh, das ist alles. Ich habe einen Schiff mit dem Schiff zu verabschieden. ... ... ... ... Oh, das ist ein paar Worte? Das ist ein paar Worte. Was machst du jetzt, Klampe? Was? Nein! Was? Was? Was kann der? Aber okay... Haaaah! Doun! Stirb! Oogie Boogie! Haaaaah! Doun! Verderben! Aha! In Sekten? Ja, in Sekten? Hat Oogie Boogie doch noch was Gutes in sich? Doun! Nicht zertreten, bitte nicht! Das Scherz war letztendlich doch eine Fehlkonstruktion! Heiligendringer halten! Andungsbericht 7 behalten! Juhu! Doun! 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 Ach Gott, das kann nicht sein! Es kann nicht sein, dass wir so easy weggehen können! Ich sag's ja! Das ist in diesem Spiel einfach nicht vorhanden und besonders nicht, wenn wir so weit fortgeschritten sind! Nein! Kommt der nochmal? Ist hier jetzt das Haus? Es scheint mir so! Wow! Wieso ist der plötzlich so groß? Zählt doch erst ran von mit der Macht der Dunkelheit! Oogie Boogie zieht Kräfte aus diesen dunklen Kugeln! So müssen wir diese Dinger vernichten, oder? Doch! Ja! So sieht's aus! Gibt es auch eine Lebensabzweige, oder? Ich hab weh lieber! Hm! Ähm! Ja! 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 Aber da gibt es nur noch etwas von ihm, oder war es das schon! Ja! 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 hier da rein das wir waren doch muss die Begründung durch die Karte 5 vor Ort wo ein Feuer das ist nicht was so gedacht ist aber ich mach das jetzt einfach so ist meine Art Kino Harz zu spielen nur Glitch Not bad, jetzt bin ich auf jeden Fall aus dem Haus mach das mal kaputt das ist schön wenn sie nochmal Glitchen was ist denn das für einer aber schon soviel macht der Dunkelheit zerstört an ihm ich will Lugi-Lugi jetzt ein Platzlöser werden 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 ich glaube der Noda ist hier und wenn da nicht mehr soviel kommt bei diesem Boss dann muss ich sagen ist der nicht mal aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen dass er schon zufrieden sein soll bisschen ruckkletter ok, scheint aber so gewesen zu sein also das ist jetzt Lame gewesen das war jetzt richtig Lame hast du gehört? du bist Lame Lame ich weiß, du willst nicht Lame sein, du bist Lame Blame 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 Guck mal, es liegt, der fällt, der fällt Blame Blame Ach, sein Haus ist auf einmal das Schlüsselloch ok natürlich ich bohre meine Häuser auch immer auf Schlüssellöchern kein Problem die Kraft der Sterne erhalten Gravitas hat sich zu Gravit Gravitra weiterentwickelt ja noch O-P Guck blame porro schätze ich habe keine andere Wahl wir müssen das herzlose Halloweenfest wohl streichteln hier das schenke ich dir was ann gehen kukurvita besuch uns jederzeit wieder so das nächste halloween fest ist das gruseligste allerzeit gefühle erinnerung wir haben alle nötige zutaten benutzt was braucht man denn noch um ein herz zu machen so dass er was ist ein herz überhaupt ich weiß es einfach nicht ja ich sage gucken wir uns einfach an ok das macht wenigstens das macht das auf 7 dank auf 29 fühlt aufeinander folgende volltreffer aus ich benutze einfach das was episch ist ok nicht sagen was das war's die europäische haupt das nicht vielleicht doch irgendwann katzin oder so rückgültig abgesehen um hallo die rote zu können und zu treiben aber ich will das soll es speichern das geht ab aber ich sage ich sag tschüss zu euch war wieder ein toller Part muss ich sagen auch wenn der Leben war der Endgänger ja auch grad mal so beendet ist beendet ist beendet und dann gehen wir das nächste Mal da hin ich weiß noch nicht was ist hier das ist auf jeden Fall ziemlich schwer glaub ich ja so, wir sehen uns dann dort Auf Wiederhören